Moin Leute, Trimax hier. Wir zocken heute wieder Hyperscape. Letztens Mal wollte ich das Game einfach nur kurz antesten. Das ist ein neues Battle Royale Game von Ubisoft, also auch ein recht großer Hersteller. Jetzt ist es so, 5,5 Stunden habe ich das gezockt. Wir haben schon, ich habe glaube ich schon 4 Wins. Viele neue Aspekte in dem Game drin. Wir zocken heute zusammen mit Miki. Error ist Miki. Und später kommt gleich noch ein dritter dazu. Schönen guten Tag, Miki. Coole Aspekte mit dem, du sammelst Waffen ein, du sammelst sie öfter ein, dann werden sie besser. Du kannst jedes Mal, wenn einer stirbt, da drin jemanden reviven. Die Zone macht zwar nicht so viel Damage, aber hat keine Deckung mehr, weshalb du aus der Zone raus musst. Das Land ist nicht in dem Bus, sondern überall, wir hotshoppen direkt runter, am Rand verteilt. Die ganze Mobility, du hast nicht nur 2 Waffen, du hast 2 Fähigkeiten und dann, die kontern sich auch gegenseitig. Es ist super viel Action, also es ist deutlich actiongeladener noch als Fortnite und Warzone, was aber viele auch scheiße fanden. Viele ist das fürs Zocken selber oder zum Zuschauen zu hektisch, zu viel Action, kann ich verstehen. Laugt einen auf jeden Fall aus, aber ich weiß nicht, ich habe jetzt Ultra Bock zu zocken, aber ich weiß nicht, wie lange dieser Bock bleibt. Vielleicht ist er auch nach einer Woche weg, weil, weiß ich nicht. Wer hat das vorgeschlagen, gibt direkt einen Timeout. Wir brauchen jetzt hier irgendeinen, so einen Schwitzer, der schon Level 10 ist, der alles kennt, der auch Sachen erklären kann und noch so. Der Doppel... Hallo? 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 Ja, ich bin hier, hallo. Sauber, dass was klappt. Moin, na? Moin. Bist du so hart am Grinden? Alter, du hast ja schon Battle Pass komplett durch. Das ist schon diese Klinge. Genau sowas haben wir gesucht. Genau sowas brauchten wir besser als irgendwie so ein übelsten Random im Team. Wie gut bist du? Also ich will mich jetzt nicht so hoch vorstellen, also ich bin jetzt auch nicht der oberste Shroud oder so, aber ich glaube, ich bin schon etwas besser in dem Game als irgendwelche Leute, die fragen, wie man den Key bekommt. Richtig. Oh nice, so eine Kiste. Oh mein Gott, ich habe eine gemäxte Hexfire. Wie geht das denn bitte? Kiste gefunden. Okay. Ja, an den Kisten kann man öfter mal voll gelabellte Sachen finden, das ist ziemlich insane. Das ist jetzt noch ein Gegner, sein Maid ist da. Nice. Oben ziemlich lau. Ein anderes Full-AP. Wo, wo, wo? Oben auf dem Dach, oben auf dem Dach. Oh mein Gott, ich konnte die gut... Boom, Alter, wo ist er hin? Unsichtbar. Oder hat sich weggepäht? Er hat Heilung gemacht und ist jetzt unsichtbar. Vielleicht steht er noch drin. Alter, mach ich den Nass, what the fuck? Holy shit! Schön, Maximum. Was geht denn ab? Hier ist ne Ripper. Zone, 200 Meter. Ist hinter mir, ist hinter mir. Schön, schön. Oh, ich hab' kein Snap'er. Und die Waffen sind nicht so optimal. Finden wir schon noch. Guter Start, guter Start. Richtig nice Start. Ja, zu dritt ist Pflicht, das Game irgendwie, ne? Ja. Also zu zweit ist... Weiß nicht, da musst du schon auf Hanky-Niveau spielen. Oh, ich werd geläger. Da kommen drei Leute auf euch zu. Hab' einen Tod von den Freien. Schön. Sind die bei dir? Von überall. Hier ist ne Max-Hexfeier für Miggi. Schmuckst du die Lava-Coin. Aber durch ne... Ich bin ziemlich low. Komm her, komm her, komm her. Dicke Heilung liegt. Max Heilung liegt. Hier, bei mir drin. Hinter mir, pass auf. Hinter mir. Hinter mir. Hat sich auch nicht mehr gemacht. Ich lad noch mal nach. Ich lad nach. Miggi immer ins Haus rein und dann heilen. Heilen, heilen im Haus. Ja, 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 ja. Wenn wir im Haus slammen und heilen und dann noch unsere krassen Waffen haben, gewinnen wir jeden Fight. Oh, das ist echt low. Oh, let's go. Hilfe, Hilfe, nein! Der hat auch ne Max-Hexfeier. Das war fast ein Double-Kill. Holt sie euch. Die sind low, die sind low, die sind low. SS-One-Shot, komm schon. Schön, schön, Miggi. Sauber, jetzt kannst du direkt reviven. Ja, äh, erst bei dem anderen Punkt, Miggi. Achso, hier, 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 hier. Mach erst hier. Okay, lässt du mir die Hexfeier hier liegen, Lava Korn, das wär nice. Oder jetzt hier direkt nicht. Oh, Digger. Miggi, du hast ihn doch gekillt. Ja, ab in die Sohne. Alter, das war das. 240 Meter, das kann ja was werden. Let's ein revive sonst, Miggi, wenn du das noch schaffst. Hier ist kein Gegner gerade. Schade, 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 schade. Wär nochmal dick was gewesen. Egal, direkt in die nächste. Ripper? Heute möchte ich tatsächlich meinen ersten. Oh, nice, Max. Ich hab dir jetzt schon wirklich in dieser Runde sieben Waffen gepinkt. Alter. Und du hast mir noch nichts gepinkt. Meine ist maxed. Ich suche wirklich die ganze Zeit eine D-Tap, wirklich. Meine Reaper ist maxed mit 36 Schuss. Sniper liegt hier. Äh, ich brauch sie nicht mehr, Max. Oh, ja, 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 ja. Also Max, was der findet, das ist ja... Ja, der... Ich finde nur die Riot hier. Ich glaub, der ist ein Metalldetektor oder so. Ich hab vor mir irgendwo gesehen. Hier ist ein D-Tap, Max. Komme. Da ist aber jemand hinter der Wall, Papa. Hier sind Gegner vor mir? Ja. Boah! Hab ihn. Schön. Oh mein Gott, wieso hat er so viel Damage kassiert? Warst du das, Micky? Ich hab ihn getroffen. Alter. Ja, Vorratslieferung. Ja, okay. Zuschauer, ihr könnt abstimmen hier die ganze Zeit, aber nur, wenn ihr am PC seid. Äh, Sniper? Was ihr... Was im Spiel passieren soll. Das ist dann für alle Spieler. Und ich denke, weil wir so viele Zuschauer sind und wenn ihr alle abstimmt, dass wir das dann hinkriegen sollten. Also stimmt nur ab für Vorratslieferung. Also, MedPick oder Vorratslieferung heißt das, glaube ich. Oder, ähm, maximale Munition. Unter uns kommen auch noch welche. Oh mein Gott. What the fuck? Komm her, komm her, komm her. Stell, 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 stell. Hier, hier, hier. Hier, hier, hier. Da hinten, da hinten. Offentlich klappt das. Kannst du auch noch rumlaufen, während du das machst. Sauber, nimm dir mit, was du brauchst. Das war geil. Ich höre noch so viele Steps hinter mir. Wo sind die denn? Micky, komm mal zu uns. Komm mal zu uns, Micky. Lass uns jetzt mal gewinnen hier. Kein Scheiß jetzt. Hier sind ultra viele Steps. Das geht hier noch weiter, der Fight. Hilfe. Down, down. Hab alle richtig low-gated. Alle sind in One-Shot. Ich bin so lost, Mann. Ich bin so lost. Ich bin zu lost. Ich hab die Shot gar nicht rausbekommen. Bitte dir zwei, ja. GG. Oh, Mann. Das hätten wir total gewinnen können. Wir hatten echt alle maximal low-out. Ja, wir hatten so guten Loot, aber da haben wir uns getrennt. Du hast dich von uns getrennt. Ja, ich... Hast du, gibst zu. Du hast die Snipes getroffen, die Headshots. Und das war unsere Niederlage dann. Ja, aber ihr seid nach vorne. Ich kam nicht hinterher, weil ich keine... Ich hatte hier so ein Schild. Du warst 350 Meter von uns weg, hast die ganze Zeit auf dem Dach gesniped, Miggi. Nächste Runde, komm, wir brauchen den Win. Wir brauchen... Das wäre auch der Win gewesen. Shotgun, Miggi, hast du dich gecallt? What the fuck? Spielst du Shotgun? Ja. Wurste ich nicht. Oh, my God. Ich hab am Anfang gesagt, es ist das Wichtigste, dass jeder für die anderen... ...pinkt. Ja, aber... Ich hab gesagt, Shotgun, D-Tap. Äh, äh, D-Tap. Na, da hätten sie noch einer. Hinter mir, hinter mir, hinter mir, direkt hinter mir. Ich slam. Halt geslammt. Wieder hinter mir. Mann! Wieso werd ich denn so angegriffen? Wo sind meine Waffen? Äh, liegen da, glaub ich, um die Ecke vielleicht. Oh, der war in der Luft, der ist so low. Ich bin down. Einer von denen ist auch tot, einer von denen ist auch tot. Ich wurde auf der Luft gesniped. Ich die wiss. Kannst du mich hier reviven, Max? Nein, wir fahr ich noch. Musst reviven, sonst... ...ist übel. Ich hab totalen Drecksloot, ne? Verfolgt der mich noch? Ja, äh, hier. Wo denn? Ich kümmere mich noch um Lava-Coin. Verfolgt der mich noch? War die Frage? Ich glaub, da ist gar nichts wieder. Ich hab da keinen gesehen. Ja, das war's, das war's, das war's. Oh, Mann, es geht so viel, es geht so viel. Das ist mein Problem, dass so viel geht. Wir könnten hier echt sieben Kills machen oder sowas, ne? Komm dran, einer, komm dran. Also, es bockt zwar sehr, aber das ist zu frustrierend, dass da so viel gehen kann und es nicht geht. Ja, was machen wir, Max? Was machen wir? Können wir locker auseinander nehmen. Wir müssen nur alle zusammen auf einen attacken. Weil wenn drei gegen drei passiert und wir bursten einen weg und es geht, Lava-Coin macht sie immer auf 20%. Den müssen wir dann nur finishen und alles ist easy. Ja. Oh, trifft. Was ist da los? Ich brauche Hilfe, ich brauche Hilfe. Ich bin unterstatt. Was? Was passiert? Alle low. Die sind alle low. Ich würde die Töte ziehen, dann haben wir den Hardcore-Loot. Müsst ihr machen, ich hab die so low gemacht. Oh, der hat chillt, der hat chillt, der einer hat chillt. Machst du, ich bin bei dir. Bei dir ist ein Reboot-Ding. Ja, komm, schnell. Micky braucht Hilfe, glaube ich. Ja, auf dem Dach hier oben. Die ist richtig echt. Ich hab null Mobility, gar nichts. Ganz low, ganz low. Ja, ich hab auch nicht, bitte. Ich glaube, ich bin wieder toll. Der hinter den? Ja, ich kann nichts machen. Hinter den anderen, Max. Oder da, der ist oben. Ey, das ist unglaublich. Ja. Da ist einer 30 Meter. Ich will jetzt auch einen reviven, hier. Wie weit ist der weg? Lovercoin? Hinter dir war noch einer. Hinter dir ist einer. Hinter dir ist einer. Aber der ist ein bisschen weiter weg. Also hier. Hier bin ich gerade. Ist keiner bei mir? Ne, ich sehe da beide keinen. Dig, was ist das für ein Survival-Kampf? Wie lange lebe ich bitte schon? Keine Ahnung. Aber da vorne sind irgendwelche. Pass auf. Zeig dich einfach nicht mal unsichtbar. Und du suchen eine bessere Position. Und schon. Oh. Einzelhalt. Ja, deswegen kenne ich den Spot auch. Micky? Ja, es landet er da. Hallo, Micky? Ja? Wir müssen uns schon als Team ein bisschen absprechen. Achso, ich dachte, die Kisse war für mich bestimmt. Du kannst dir, wenn du die möchtest, dann kannst du das sagen. Aber da kann man jetzt nicht die Landung versaut werden. Oh my God, hier reviviert einer im Haus. Der ist one shot. Ich hole ihn. Er regeneriert, pass auf. Und der andere ist früher HP. Der andere ist auch da. Ich hau da einfach schnell. Passt dir irgendwas um wegzukommen? Nö. War nichts. Ich könnte jetzt eine Wall machen und versuchen. Was passiert, wenn ich die Krone aufhebe? Mach es nicht, du bist tot. Du bist auch tot. Du bist auch tot. Du bist auch tot, wenn du das machst. Ich bin hier, falls du mir bleiben möchtest. Nöchte ich. Aber dann Micky kann mich überhelben. Und ein paar Passen. Ich springe weg. Slide wechselt weg. In 30 Sekunden das Spiel vorbei. Micky wird hart gefolgt. Ah, geht nicht, geht nicht. Es sind zu viele. 15 Sekunden. Also ich bin hier. Aber 10 Sekunden ist das Spiel vorbei. Wieso ist es vorbei? Wir schaffen. Ja, bei der einen die Krone ab. Die Krone brauchst du schon. Ja, schafft er. Ja, der Typ. Ja. Schade. Wir hatten, Digga, wir waren Zweiter. Das war das absolute Gewinnerteam. Die hatten alles. Und wir dümpeln da rum ohne Waffen. Ne gemäxte Ripper. Wenn alle nichts haben. Ich versuche jetzt einfach aufs Kitz zu gehen. Damit keiner hier irgendwie guten Glück kriegt. Der burstet mich krass weg. Ich tank, ich hab Schild. Ich hab Schild, komm schnell her. Und Schild ist an. Jetzt musst du kommen. Jetzt musst du kommen. Ist du da? Ja, ich bin schon wieder. Oh, ich hab ihn ohne Headshots gedrückt. Was hab ich mit dem gemacht? Du musst ihn hauen. Ich bin Schild. Ich lenke ihn ab. Micky, Micky, Micky. Wir brauchen nicht. Ist los, ist los. Nee, hier sind ganz viele Gegner auf dem Dach. Oh Mann, das wär's. Die sind alle 1 HP. Lauf, lauf, lauf. Warum ist das so? Das ist so verschwitzt. Dagegen ist ja Fortnite ein Scheißdreck. Warum ist das so? Wir müssen Mods, ihr müsst sofort googlen, Reddit, alles. Wir müssen komplett alle Zuschauer. Ihr könnt nicht hier nur still zugucken. Reinziehen, wie wir abgemetzelt werden. Wir brauchen da ganz schnell einen Austausch von jedem. Ich kann zu reviven hier unten. 200 Meter von euch. Ich bin wieder da. Hast du das gesehen? Was hat der mit dir gemacht? Ich weiß es nicht. Du bist genockt, du bist gestunnt und bist weg und tot. War aber auf jeden Fall sehr nice, dass du eingesprungen bist, Lavacoin. Dadurch war es, weil die Runden mit den Randoms, das war ja nochmal tausendmal schlimmer. Das war schon mal viel, viel besser, dass man da wenigstens ein bisschen Teamplay hinbekommen hat. Ja, danke, Lavacoin. Das war auf jeden Fall. Ja, danke euch. Ich wusste nicht mal, dass ich hier reinkomme. Also schon, danke. Ja, das war auf jeden Fall. Bisher auch schon. Es gibt so einige Namen, die kennt man schon extrem lange und die kann man sich auch einfach gut merken. Weißt du, wenn du irgendwie so einen Namen hast wie... Gamerboy. Ja, Gamerboy, Digga, dann war es das auch, weißt du? Das stimmt. Okay, vielen Dank fürs Zocken. Ich bin raus aus dem Discord und wünsche dir noch einen entspannten Abend, ne? Ja, haut rein. Tschüss, tschüss, tschüss. Ciao.